Die Polizei in Wien-Liesing ist ab sofort mit dem Fahrrad auf Streife. Zehn Beamte sind ausgebildete Radpolizisten, zwei davon sind die Grätzlpolizisten im 23. Bezirk. Der Vorteil des polizeilichen Hightech-Drahtesels liegt in der flexiblen Einsatzbereitschaft und in der Möglichkeit, verkehrstechnisch entlegenere Orte, wie zum Beispiel den Pappelteich, deutlich besser erreichen zu können als mit einem Streifenwagen. Sehr zur Freude von Bezirksvorsteher Gerald Bischof berichten die Polizisten auch über einen deutlich entspannteren Umgangston der Menschen mit Fahrradpolizisten.